Okay, diese Frau, das zeigst du mir mal. Kannst du mir das mal nochmal zeigen? Doch, das musst du mir jetzt zeigen. Die ist beige und schwarz. Ja, sie ist so ein dunklerer Typ und schminkt sich wie so eine Inder. Nein, nein, bitte zeig mir das jetzt mal kurz. Hier, ich habe jetzt eine Filme. Es geht jetzt los. Nein, ich schreibe einfach, dass es ihr nicht steht. Nein, zeig mir bitte das Bild. Zeig mir bitte das Bild. Nein. Doch, ich mache jetzt gerade eine Aufnahme für YouTube. Nein. Es geht jetzt los. Nein, nein, mache ich nicht. Doch, zeig mir das. Ich schreibe es ihr selber. Nein, ich möchte das Bild jetzt sehen. Nein. Doch. Nein. Doch, ich mache jetzt eine witzige Bemerkung dazu. Wir machen jetzt Auf Comedy. So, also. Ganz schnell, zeig mir das ganz schnell. Nein. Doch, das ist doch ganz einfach. Das ist doch ganz easy. Zeig es einfach hier. Hier, tu mal dieses Video hier rein. Hier rein. Ich kann es nicht anhalten. Nein, hier, nur rüberdrehen zu mir. Das ist eine Aufnahme. Hier in die Kamera. Ist doch scheißegal. Hier, hier einfach das Handy drehen. Hier. Dann hier. Also, ganz klar. Hier. Die schmeißen mich raus. Blau ist braun und schwarz. Was bedeutet das? Brown and black. Sie hat einen Freund, der hat einen Porsche Cayenne. Mit braunen Ledersitzen in schwarz. Ganz einfach. Hm. Aber dieses Make-up, das spielt ihr Horten. Ja, ich finde es auch ziemlich komisch, ja. Die Augen super, aber das andere Schatten. Ne, man sieht ja auch hier, das ist so extrem. Unnatürlich aus. Ja, ja, es sieht aus wie eine Wachsfigur, würde ich sagen. Nein. Nicht? Das Make-up, nein, schau mal ihren Hals an. Ja. Das, und das passt zu dem Hals. Das Make-up passt nicht dazu. Richtig. Das sieht unnatürlich aus. Also, also ihre, die Farbe also ihres Halses widerspiegelt das nicht, ja. Genau, okay, alles klar. Du bist ja Profi, genau. Du hast ja damals, wie gesagt, bei Gianni Colores hast du doch deinen Abschluss gemacht. Ach so, ich soll jetzt reden. Ja, klar. Aber ich bin jetzt überhaupt nicht viel. Das ist doch egal, nein, 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 das macht überhaupt nichts. Das ist gar nichts, also frei von der Schnauze, also du hast jetzt praktisch als Experte. Ja, zu einem dunklen Typ, also wenn der Hals so ist, Genau, jetzt haben wir hier das nochmal. Und man sieht es ja ganz genau, dass sie ein dunklerer Typ ist. Alles klar. Und sie nimmt ein helleres Make-up, das passt gar nicht. Nee, nee, überhaupt nicht, da hast du vollkommen recht. Also das hätte eher zu einer inneren gepasst, oder sonst irgendwas, nicht mal zu mir, weil ich hellerer Typ, ich brauche eher gelbliches Make-up, so braucht jeder, das sieht unnatürlich aus. Ja, genau, kannst du es nochmal reinhalten, so. Ja. Ich finde auch so, ja, das ist halt auch die Wimpern oder so, ich meine, das sieht irgendwie aus, ich weiß nicht, wie in die Christbaumkugel irgendwie. Nein, die Wimpern schauen gut aus. Wirklich? Ja. Okay, gut. Aber das andere nicht. Lieben nicht, okay. Ja, und ich weiß nicht, auf was zielt sie dann ab? Was zielt sie ab? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall weiß sie nicht, welches Make-up sie braucht, also im Gesicht, also der Foundation. Naja, genau. Was zu ihr passt. Sie hat wahrscheinlich nicht so den Durchblick, wahrscheinlich. Nein. Okay, gut, gut, also gut, schwenke ich nochmal über, ganz klar, also das war jetzt ein Statement von Alessandra Sun. Ja, aber ich bin total ungeschminkt. Ach, das ist doch egal, ach, das ist doch egal, das ist doch egal. Nein, es ist nicht egal, ich muss selber gut geschminkt sein, nein. Ach, egal. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Okay, Abbruch, alles klar, gut. Aber wie gesagt, Alessandra Sun, aktuelle Lage. Nein, das sendest du jetzt nicht. Okay. Ich bin total ungeschminkt.